Ja, wir wollen direkt durchstarten und die Diskussion fortsetzen. Wir haben für das Panel hier eine Dreiviertelstunde Zeit, also 45 Minuten. Jetzt ist 11.25 Uhr, das heißt um 10 nach 12 wäre das dann hier zu Ende. 45 Minuten sind nicht so wahnsinnig viel Zeit, deswegen werde ich mich da gleich zurücknehmen. Ich bin Pablo Menzines vom Bitkom und darf das Podium kurz vorstellen. Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Martin Delius, Vorsitzender der Privattenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Professor Al-Ani von der Humboldt-Universität und Daniel Reichert von Liquid Democracy. Wir haben eine Menge Leitplanken, die man hier erörtern kann. Mein Kollege Joachim Bühler hat auf 70 Jahre Pippi Langstrumpf hingewiesen. Ich habe im Vorfeld gedacht, Herr Al-Ani, die Politikstudenten, die Sie jetzt ausbilden, die sind ja eigentlich alle schon sozialisiert worden, haben ja Studien begonnen. In der Zeit nach Blockupy oder nach Occupy, nach dem arabischen Frühling, gab es da irgendwie so einen Wandel in der Haltung, von einer hohen Euphorie hin jetzt doch zu einer Ernüchterung? Ich glaube, es ist schwer zu sagen und für so einen alten Sack wie mich ja sowieso schwer zu beurteilen. Ich denke aber, dass wir da alle in so einem Entwicklungsprozess drin sind, wobei ich es erstaunlich finde, und das ist auch immer wieder mit den Studenten interessant, dass man draufkommt, dass viele Diskussionen, die wir jetzt haben, zum Beispiel fördert die Digitalisierung den Konsens in der Gesellschaft oder führt die Digitalisierung zu einer Zersplitterung der Öffentlichkeit, dass es solche Diskussionen schon in den 30er und 40er Jahren gegeben hatte, unter der Überschrift der Kybernetik, auch unter der Überschrift von linken Gesellschaftsmodellen, die viele Governance-Aspekte aus dem Markt wieder herausholen wollten und neu ordnen wollten, bis hin zu so Experimenten wie in Chile 1971, wo man versuchte, eine kybernetische Gesellschaft zu erstellen. Also vieles von dem ist schon da und man ist dann immer wieder erstaunt, dass wir uns da teilweise wieder in Diskursen bewegen, die Oskar Lange und Friedrich Hayek schon 1947 hatten, wo es dann um die Frage geht, kann man eigentlich eine Gesellschaft digital darstellen und Friedrich Hayek sagte, wir brauchen viel zu viele Integralrechnungen, um das hinzukriegen und Oskar Lange sagte dann, wozu haben wir denn den Computer, da macht das ja alles ganz schnell. Also das war so zwischen 1947 und 1968 herum. Und das sind eigentlich Diskussionen, die schon erstaunen. Also da sind wir fast wieder ein Stück weiter zurückgekommen und wenn man sich jetzt auf die Frage fokussiert, auf die es jetzt ankommt, nämlich, und das finde ich sehr interessant, ist zu sagen, fördern Algorithmen in der Gesellschaft nicht eher ein Scheinkonsens, dann ist das eigentlich ein sehr schwieriges Thema. Also wenn sich, klingt jetzt komplexer als es ist, aber wenn Sie sich bei einem Buchkonzern ein Buch bestellen, was jeder schon mal getan hat, dann kriegen Sie unten so zehn Vorschläge, so nach dem Motto, Leute, die das Buch gekauft haben, haben auch diese Bücher gekauft. Und dann ist meistens immer ein Buch dabei, wo Sie denken, was ist das denn? Und die Frage, die dahinter steht, ist, wer hat eigentlich diesen Algorithmus erstellt, der mir diese Buchvorschläge macht und welche anderen Leute sind eigentlich in dieser Community? Ich kenne weder den Algorithmus, noch kenne ich die Leute. Und das ist wahrscheinlich eine Situation, in der wir immer öfter hineinkommen werden. Und um das abzuschließen, hat er 1951, hatte ein Nobelpreisökonom, Kenneth Arrow, hatte ja das Unmöglichkeitstheorem aufgestellt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Und er hatte da auf dem Statistiker Marquis de Condorcet aufgebaut, der ja schon im 18. Jahrhundert irgendwie dargestellt hat, dass man selbst drei Leute, die drei verschiedene Präferenzen haben, nicht aggregieren kann, logisch, ohne in Probleme zu stoßen. Und auch Arrow's Conclusio damals war zu sagen, das funktioniert nicht. Also wir können nicht bottom-up versuchen, Präferenzen zu aggregieren. Das funktioniert nicht, wir müssen irgendwie irgendwas vorgeben. Und das ist die Abzweigung, die die Kybernetik genommen hat. Das war so in den 40er, 50er Jahren. Und von dieser Abzweigung ist sie nie wieder zurückgekommen. Und alles, was wir jetzt diskutieren, ist zu versuchen, wieder an diese Diskussionspunkte der 30er, 40er wieder anzuschließen. Sorry für die lange Einstellung. Ich muss noch mal kurz nachfragen, wie sieht dann die digitale Demokratie 2025 aus? Ganz grob. Ich wollte ja eigentlich, wenn wir so einsteigen, dass wir so vor fünf Jahren da einen starken Optimismus hatten. Und ja, kann man ja heute eigentlich nicht mehr so optimistisch sehen. Ich glaube, es ist für die Parteien schwierig, damit umzugehen, weil das sind letztendlich hierarchische Organisationen. Und die nehmen es anderen Leuten extrem übel, wenn die sich selbst organisieren. Das habe ich immer wieder auch bei Diskussionen gemerkt. Das ist auch der Motto, uns gibt es schon seit 100 Jahren. Was machen die da jetzt? Und wieso machen die das? Also Kunden würden sagen, bad, bad customer. Was passiert da? Und die andere Situation ist, glaube ich, dass sich diese deliberative Demokratie als zahnlos erwiesen hatte. Also ich fand das sehr instruktiv. Wir haben mal ein paar Leute bei Occupy befragt. Und dann haben die gesagt, ja, wir wollen eigentlich nicht mehr reden. Also wir haben schon genug geredet. Wir wissen eigentlich eh, was zu tun ist. Aber wir wollen jetzt auch Leute finden, mit denen wir was machen können. Also gequatscht worden ist in den letzten Jahren genug. Die Issues liegen auf dem Tisch. Lass uns was tun. Und ich glaube, da findet momentan kein Aufeinander-Zubewegen statt. Wobei ich interessant finde, jetzt in der Flüchtlingskrise, dass ja dann völlig vorbei an allen Institutionen doch wieder Leute zusammenkommen und irgendetwas tun, was sehr typisch für diese Selbstorganisationsform ist. Und ich kann nicht verstehen, warum Parteien, Gewerkschaften da es nicht schaffen, sich aufeinander zuzugehen, was auf der einen Seite wieder logisch ist. So Hierarchien können mit Netzorganisationen nichts anfangen. Das merkt man auch bei Unternehmen, die auch versuchen, jetzt an Start-ups und so weiter ranzukommen, ist ja derselbe Mechanismus. Also die Hierarchie ist sozusagen am Ende ihrer Leistungskraft und versucht sich jetzt aus dem Netz wieder hochzuladen. Und die beiden Organisationsformen marschieren so aneinander vorbei. Das ist eigentlich eine super Vorlage. Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Also eigentlich schon eine hierarchische Organisation. Wie binden Sie denn den ungeordneten, unorganisierten Teil der Bevölkerung ein? Also erster Hinweis, die SPD gibt es seit 152 Jahren. Also wir sind sogar noch älter. Und ich, nein, aber das ist, nein, aber das, was Sie beschrieben haben, ist doch genau der Punkt. Und ich meine, die Debatten gibt es innerhalb der SPD und wir probieren ja auch verschiedene Sachen aus. Also wir haben in der letzten Legislatur, durfte ich auch selbst leiten, das nannte sich Kreativpakt. Also wo wir versucht haben, auch mit der Kreativszene mal an politischen Lösungen zu arbeiten, für deren Herausforderungen. Und da hatten wir auch über ein Autocracy-Tool dann die Diskussion online gestellt, Leute eingebunden. Wir haben es jetzt gehabt, wir haben im Dezember den Parteitag hier in Berlin. Da gibt es ein digitales Grundsatzprogramm, was wir erarbeitet haben. Auch da gab es eine zweimonatige Phase, wo unsere ersten Ergebnisse ins Netz gestellt wurden. Jeder kommentieren konnte. Also wo wir schon versuchen, auch sozusagen neue Bewegungen aufzunehmen. Aber am Ende besteht eine Partei natürlich aus gewachsenen Strukturen und einem gewachsenen Denken. Und ich sehe das ja selbst im Bundestag auch, wenn ich meine Kollegen angucke, die ja teilweise deutlich älter sind als ich. Da sind halt viele dabei, die haben Politik anders gelernt. Die haben Politik immer sozusagen als Top-Down gelernt und auch in der Kommunikation. Man schickt eine Pressemitteilung raus und dann gibt es sozusagen den Gatekeeper-Redaktion und das wird abgedruckt oder nicht. Und heute habe ich ganz andere Kommunikations-, Partizipationsmöglichkeiten. Und ich glaube, da ist aber vieles im Umbruch. Manchmal frage ich mich aber ehrlich gesagt, ob das nicht auch okay ist, dass Sachen länger dauern in der Demokratie. Also ich fände es, glaube ich, auch problematisch, wenn wir ganz schnell immer Ausschläge in die eine oder andere Richtung hätten. Und deswegen habe ich auch gelernt, jetzt in sechs Jahren, die ich im Deutschen Bundestag bin, dass es richtig ist, dass in der Demokratie Sachen länger dauern und häufig auch die Runden gedreht werden müssen und wieder diskutiert werden muss und wieder diskutiert werden muss. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Nur die Frage für mich ist in der Tat, wie können wir Gesetzgebungsprozesse verändern, wie können wir Entscheidungsprozesse ändern, wie können wir Partizipation stärken, Transparenz stärken, Öffentlichkeit stärken, Leute auch mitmachen lassen. Also das ist, glaube ich, so die Herausforderung, vor der wir stehen, wo wir im Parlament aber auch ein paar Sachen gemacht haben. Also die Enquete-Kommission in der letzten Legislatur war eine öffentliche Veranstaltung. Wir hätten es jetzt gerne für den Ausschuss Digital Agenda auch gehabt. Das ist leider an unserem Koalitionspartner gescheitert. Aber es gibt diese Bewegung ja im Parlament und ich glaube, wenn sich da eine jüngere Generation auch noch stärker durchsetzt, wird das auch noch stärker kommen. Vielleicht noch eine Sache zur Ergänzung. Ich glaube, die Leute unterscheiden schon sehr stark zwischen Partizipation und Teilhabe. Also die deutsche Sprache ist da ja ein bisschen differenzierter als das englische Participation. Und Partizipation ist ja, ich erfinde das jetzt ja, aber der 18. virtuelle Sachverständige nach dem Motto, ich kann meine Sprechblase dazu absondern und dann passiert irgendetwas oder nicht. Das ist Partizipation. Teilhabe wäre zu sagen, ich bin Teil eines Prozesses oder Teil einer Organisation und kann da auch was bestimmen. Und ich glaube, wenn es eine gewisse Enttäuschung gibt, ist, dass die Leute dann draufkommen und sagen, na gut, Partizipation ist zwar eine Sache, aber ich will ja selber als Person noch was tun. Und dazu sind die gewachsenen Strukturen offensichtlich nicht so wirklich durchlässig. Vielleicht brauchst du noch 20 Jahre, 30 Jahre. Vielleicht ist es so, dann entsteht aber parallel irgendetwas, was ganz anders gewachsen ist. Und das wird die Partei wahrscheinlich auch unter Druck setzen. Herr Delius, das war doch, glaube ich, auch so eins Ihrer Anliegen und logischerweise auch von Herrn Reichert. Jetzt erst mal fange ich mit Ihnen an, von Partizipation hin zur Teilhabe zu kommen, gerade auch bei den internen Willensbildungsprozessen innerhalb der Piraten. Das ist schon eine Frage? Das war eine Frage, ja. Ja, der Ansatz war da und es hat auch funktioniert. Es glaubt mir immer keiner, gescheitert es am Ende an der mangelnden politischen Bildung der Funktionsträger in der Piratenpartei. Es ist also keine Toolfrage. Wir reden bei dieser ganzen Frage, digitale Partizipation, immer über Tools. Dabei geht es eigentlich gar nicht darum, was man nutzt, sondern wie es genutzt wird. Sie haben das Beispiel Blockupy, Occupy angesprochen, das führt genau auf meinen Punkt der Verbindlichkeit. Ich kann nicht erwarten, dass Leute sich kontinuierlich beteiligen und auch die schwierigen Prozesse, die in der Demokratie alltäglich sind, mit durchstehen und eben nicht nur einen Kommentar oder einen Like abgeben oder was auch immer dann gerade das Instrument ist, durchstehen, wenn ich Ihnen nicht sage, was passiert denn dann damit und Ihnen eine Rechtssicherheit darüber gebe, im gesamtgesellschaftlichen Kontext, was mit meiner Eingabe passiert. Da ist die Politik und der Gesetzgeber gefragt. Im Übrigen würde ich dann auch diesen Widerspruch zwischen sogenannten Altparteien oder wohl hierarchierten, geübten Strukturen und neuen Partizipationsformen, dem würde ich widersprechen. Meine Erfahrung ist, wir haben auch als Piratenpartei gedacht, das ist eine junge Partei, die ist prädestiniert dafür, jetzt neue Instrumente einzuführen, weil das können nur die, das können die Alten nicht, weil die ja so Hierarchien haben. Ich bin inzwischen komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wenn man solche neuen Werkzeuge gewinnbringend einsetzen möchte, Menschen mitnehmen möchte, die bisher nicht in der Politik angekommen sind, dann braucht man eine gemeinsame Wertebasis, dann braucht man eine, auch was Parteien ja ausmacht, eine Art Folklore, die die Menschen auch sich unterordnen lassen bei kontroversen Entscheidungen, die Akzeptanz und Politikfähigkeit fördert und übt, um diese Tools vernünftig zu bewerten, mit Verbindlichkeit zu sehen und auch evaluierbar zu machen, um sie verbessern zu können, damit kein Frust entsteht. Also das ist möglich, man muss es politisch wollen. Und das ist auch das, ich weiß, die SPD macht unter anderem im Lokalen, aber eben auch zum Beispiel in Hamburg auf Landesebene, da gibt es ja breite Diskussionen darüber, macht da sehr viel, wenn das politisch gewollt ist, von der politischen Spitze einen digitalen Landesverband oder Bezirksverband einzuführen, um andere Leute, andere Bevölkerungsschichten mitzunehmen, andere Diskussionen zu ermöglichen. Dann klappt das auch, bin ich überzeugt von. Gerade in so einer Parteiorganisation wie der SPD, die halt nicht gleich zusammenbricht, bloß weil mal ein paar Trolle in dem Tool sind. Das andere ist, und das finde ich eine viel wichtigere Frage, ich will nicht, die Frage nach dem 2025 will ich nicht beantworten, weil wir haben 2015 so viel zu tun, was digitale Gesellschaft angeht, da wage ich mir die Zukunft gar nicht vorzustellen. Aber die Frage in die Zukunft rein, die man sich vielleicht stellen sollte, ist die Frage der Wahrnehmungsschwelle. Das Beispiel mit dem Algorithmus und den Büchervorschlägen ist ein sehr gutes. Wer macht diesen Algorithmus? Wer bestimmt meine Wahrnehmung von der Welt über so einen Algorithmus? Demokratie hat ganz viel damit zu tun, wie informiert ich bin, wie mein Blick auf die Welt gestaltet wird und von wem der und von was der beeinflusst wird. Und das ist die größere Gefahr, beziehungsweise das größere Problem, was wir bei einer digitalisierten Informationsgesellschaft haben, meiner Meinung nach, dass die Wahrnehmung von der Welt, wie wir sie geliefert bekommen über Twitter, über auch Amazon oder andere Kanäle, mehr und mehr intransparent von Einzelpersonen, von Unternehmen, von Algorithmen bestimmt wird, ohne dass wir es merken. Wir merken nicht, wir können gar nicht einschätzen, ob die Buchvorschläge bei Amazon, bei dem Beispiel zu bleiben, tatsächlich das ist, was nach einem sinnvollen Algorithmus gestaltet ist oder ob da nicht irgendjemand an der Schraube dreht, weil es einen Werbevertrag mit einem bestimmten Verlag gegeben hat. Das können wir nicht beeinflussen und deswegen ist unsere Wahrnehmung, die Grundlage für jede demokratische Entscheidung, nämlich unsere Wahrnehmung von der Welt, die ist zu hinterfragen und die ist das eigentlich entscheidende Problem bei einer digitalisierten Demokratie und Informationsgesellschaft. Das gilt auch bei Tools, ich glaube, Daniel Reicher kann darüber berichten, wie man zum Beispiel Ergebnisse oder Diskussionsprozesse filtert, sichtbar macht. Das ist eine große Frage. Was stelle ich zuerst in den erfolgreichsten Antrag bei Autocracy oder das, was am meisten geliked wird? Oder ist es vielleicht eine Redaktion, die sich das sinnvollste rausnimmt? Das ist eine wichtige Frage. Ja, Herr Reichert, Liquid Democracy, wie funktioniert das? Wie muss man sich das denn vorstellen? Das ist natürlich nicht so leicht in Kürze zu stellen. Also wir als Verein haben uns in dem Titel Liquid Democracy gegründet, eher mit Liquid Democracy als Fragestellung. Also die Beobachtung Gesellschaft verändert sich, sie wird weniger statisch, weniger hierarchisiert, als wir es mal von früher gewohnt sind. Das ist ein Prozess, der stattfindet, ob das gewünscht ist oder nicht. Und wir suchen in unserem Verein eben Antworten darauf, wie können wir diese Bewegung in die Politik mitnehmen. Also wie können wir Diskurse organisieren? Wie können wir soziale Subgruppen zusammenbringen in kontroverse Diskussionen? Wie können wir Menschen einbinden zu den politischen Entscheidungen, zu denen sie sich beteiligen möchten? Also ich glaube schon, dass man so als Leitbild zu Liquid Democracy sagen kann, das Ziel ist, dass jede Bürgerin und jeder Bürger selbst entscheiden kann, im Optimum irgendwann, wo wir hin möchten, zu welchem Thema sie sich wie intensiv zu welcher Zeit einsetzen kann. Also möchte ich zum Beispiel nur an der Abstimmung teilnehmen, weil ich ansonsten keine Zeit habe, weil ich anders beschäftigt bin, aber weiß, was ich will? Oder habe ich eine hohe Expertise oder eine hohe Leidenschaft zum Thema und möchte mich wirklich auch konstruktiv in die inhaltliche, fachliche Ausarbeitung einbringen? Oder möchte ich den Diskurs vielleicht als Zwischenmedium noch dadurch lenken, und dass ich sage, ich kenne hier eine Person, die mich in den Aspekten am besten vertritt in der politischen Diskussion? Dazu mal eine Nachfrage. Wenn man über was entscheiden will, ist es ja eigentlich immer ganz gut, wenn man auch ein paar Informationen hat. Glaube ich. Und worauf ich hinaus will, ist, wir hatten gerade schon über Hamburg angesprochen, Hamburger Transparenzgesetz, das ja den Mechanismus letztlich umdreht. Bisher ist es so, dass der Bürger nachfragen muss, so ein bisschen vor der Tür steht und anklopft und fragt, kann ich mal dies und das haben? Informationsfreiheitsgesetz, Informationsweiterverwendungsgesetz. Also, er muss es konkret anfordern, Push, und jetzt kriegt das alles vor die Tür gekippt, also Pull. Ist das für Sie eine gute Basis, um Liquid Democracy hier zu befördern? Ja, also ich glaube, in so ziemlich allen Definitionen zur Partizipation ist die erste Stufe, man braucht Information, also auch Transparenz im politischen Prozess. Ich glaube, das ist eine Grundbedingung, unter der überhaupt Mitbestimmung oder politische Beteiligung nicht denkbar ist. Ich kann nicht sinnvoll an dem Diskurs teilnehmen, wenn ich nicht die Grundlagen kenne. Und dafür ist es natürlich wünschenswert, dass die Informationen möglichst einfach und gut aufbereitet bei mir ankommen, mit möglichst geringem Aufwand. Und das ist ja durchaus eine Bewegung, die auch schon viel stärker ist, als gerade die Partizipationsbewegung, also der ganze Bereich Open Data. Oder auch eben schon ältere Geschichten, wie Wikipedia oder so, als der Zugang zu Informationen ist für alle viel, viel einfacher geworden. Ich glaube, momentan ist zumindest aus unserer Sicht oder in unserer Arbeit dann auch die Transparenz noch an anderen Ebenen wichtig. Und das ist ja auch schon ein paar Mal zur Sprache gekommen. Aber was eben, ja, da spielen jetzt viele Faktoren rein. Und was schon genannt wurde, oft ist es gar nicht eine Frage des technischen Tools. Und es gibt oft eine Erwartung an Beteiligung, dass dadurch, dass es jetzt ein technisches Tool gibt, auf einmal Beteiligung funktionieren soll. Beteiligung im Internet ist nicht isoliert zu denken von der gesamten Gesellschaft und von der gesamten Organisationskultur der anwendenden Organisation. Und deswegen auch in unserem Wirkungsbereich, wir haben circa die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Entwickler, die andere Hälfte sind Sozialwissenschaftler. Und wir überlegen sehr intensiv mit den Organisationen, Parteien, Verwaltungen, die Beteiligungsprozesse einbinden wollen, welche Kommunikationsstrukturen habt ihr gerade, welche Machtstrukturen habt ihr. Und wenn ihr Online-Beteiligung einbringen möchtet, wie kann das dort integriert werden, dass es auch wirklich ein transparentes, für den Teilhaben ein transparenter Beteiligungsprozess ist, wo man am Ende optimalerweise genau wissen muss, wenn ich jetzt meine Zeit investiere, mein Know-how hier reinbringe, wo man immer dankbar sein sollte für jeden Einzelnen, der sich beteiligt, weil es ein hohes Investment von Bürgern ist, die sich dort einbringen und Zeit verbringen, was kann diese Person dafür erwarten? Und das muss nicht immer bis zur absoluten Mitbestimmung gehen und am Ende haben wir ein Voting und die Mehrheit wird gemacht, aber je nachdem, was für einen Prozess ich habe, ob er konsultativ ist, wie wir es in der Orquette-Kommission gemacht haben, da waren wir damals auch beteiligt, mit dem Stellen der Software für den 18. Sachverständigen, das war auch noch lang nicht das Optimum, aber aus meiner Sicht ging das jetzt vor mittlerweile mehreren Jahren weit über alles hinaus, was seither auf Bundesebene passiert ist. Nämlich es gab wirklich ein transparentes Verfahren, wenn ich als Bürger hier Standpunkte einbringe, dann werden sie als Stellungnahme in die Ausschusssitzung eingebracht, der Orquette-Kommission, und müssen dort verlesen und abgestimmt werden. Und da hat man auch nicht eine Riesenbeteiligung gehabt, aber es waren fachlich sehr, sehr hochwertige Beiträge, die tatsächlich auch die Diskussion in der Orquette-Kommission verbessert haben. Ja, Herr Dieters, ich habe ohnehin schon an Sie gedacht, weil Sie ja auch damit BR, Untersuchungsausschuss, damit Transparenz von Dokumenten, ihre ganz eigenen Erfahrungen haben. Also Sie wollten dazu noch das Werk erst ergänzen. Ja, schöner Punkt. Kann ich, glaube ich, auch gleich noch sinnvoll was beitragen. Ich wollte den Punkt nochmal stark machen, das ist auch im ersten Beitrag angeklungen. Natürlich, und das ist so ein autokratischer Gedanke, der ganz oft kommt bei Technikbegeisterten, natürlich kann man soziale Probleme nicht durch Technik lösen. Es bleiben soziale Probleme, es bleiben Probleme zwischen Menschen. Und es macht, möglicherweise macht er die Benutzung und die Vielfältigkeit und das destruktive Element von Technologie und dem gleichzeitigen Darstellen von vielen Meinungen sogar schwieriger mit bestimmten sozialen Problemlagen klar zu kommen, in Parteien, in Einigungsprozessen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass Grundlagen geschaffen werden, die es erlauben, jedem Einzelnen sich zu motivieren. und daran teilzunehmen. Weil ich wusste, dass das kommt, deswegen habe ich das gesagt, Daniel Reich hat völlig recht, es geht darum, dass jede einzelne Stimme in so einem strukturierten Prozess wertvoll ist. Ich wollte nochmal den Punkt klar machen, wie schädlich es für Partizipationsprozesse allgemein, das gilt nicht nur für Dialogverfahren, konsultative Verfahren im Digitalen, sondern eben auch für Wahlen. Es ist diejenigen zu bestrafen, die teilnehmen. Wir haben meiner Meinung nach eine ganz gefährliche demokratietheoretische Diskussion über Wahlbeteiligung im Moment. Da werden bei Wahlen in Bremen, das letztens ist es passiert, da werden dann so geänderte Graphen zur Wahlbeteiligung in den Medien präsentiert. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Wählenden. Die geänderten Graphen, die ich meine, da rechnet man die prozentuale Verteilung der Parteien auf die Wahlberechtigten und nicht die zur Wahl gegangenen runter. Da sind die Balken dann ganz anders aus. Wir leben in einer Teilnehmerdemokratie. Wer mitmacht, bestimmt. Wer nicht mitmacht, bestimmt nicht. Wir können, und das passiert uns als Argument ständig, auch beim Tempo verfällt, das ist dem Liquid Democracy e.V. und hier, Lars Klingbeil hat es mir vorher gesagt, auch in der Partei auf die Füße gefallen. Das waren ja nur 500, die sich beteiligt haben. Das waren ja nur 100. Ja, aber die haben sich beteiligt. Die haben sich die Zeit genommen, die haben das Tool genutzt und das muss man anerkennen. Und das ist ganz wichtig, um eben mit den Ergebnissen auch umgehend zu lernen und als Gesellschaft darüber zu diskutieren. Zur Informationsfreiheit, ja, wir haben das Problem zum Beispiel beim BER, dass die staatlichen Prozesse, die Gesetzeslage und die Instrumente, die wir haben zur Informationsweitergabe an die Bevölkerung, nicht den Bedürfnissen entsprechen. Insbesondere im Krisenfall, im BER-Fall, das kann man auch nur teilweise durch Technik lösen. Da passt es vielleicht, wir haben so eine BER-Watch-Plattform in Auftrag gegeben, das hat ein findiger Entwickler gemacht, der, das gab kein vergleichbares Tool, PDFs einscannt, OCRt, also die Texterkennung dazu macht und strukturiert darstellt, sowohl als Bild als auch als durchsuchbaren Text in einer strukturierten Plattform mit ganz vielen semantischen Ebenen. Da ist uns das Gesetz auf die Füße gefallen, weil das Untersuchungsausschussgesetz beziehungsweise das Strafgesetzbuch oder die Strafprozessordnung besser gesagt, denn man kann nicht alles gleichberechtigt ins Netz stellen, so dass es für alle gleichberechtigt lesbar ist, unter anderem auch für zukünftige Zeugen. Das heißt, man macht sich, und das ist noch nicht durchgeurteilt und durchdiskutiert, man macht sich möglicherweise der Zeugenbeeinflussung durch das selektive Veröffentlichen von Dokumenten schuldig. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen keine offiziellen Dokumente mehr, auch wenn sie öffentlich sind im Untersuchungsausschuss, sondern nur noch die, die wir in der U-Bahn finden. Also die Sachen, die so auf anderen Wege zu uns kommen, die halt keine offiziellen Beweismittel sind, weil wir da dieses rechtliche Problem nicht haben. Das nur mal als Beispiel, dass auch bei Informationsfreiheit, ähnlich wie bei demokratischen Prozessen, die gesellschaftliche und politische Diskussion noch nicht da angekommen ist, was technisch machbar ist und auch ein Bedürfnis ist offensichtlich der Leute. Ja, Lars Klingweil, digitale Agenda 2020, da waren ja auch ehrgeizige Ziele, was gerade die Informationsgrundlage eben Open Data angeht. Ist das Glas da zu einem Drittel voll, zu zwei Dritteln? Wenn wir uns das GovData angucken, ja, wie sehen Sie das? Also auf Bundesebene oder logischerweise auch Landesebene, wie sehen Sie da die Entwicklung? Also man lernt als netzpolitischer Sprecher immer Optimismus auszustrahlen, weil sonst vieles nicht erträglich wäre. Ja, genau. Nein, also ich war in den Koalitionsverhandlungen auch dabei. Wir haben sozusagen Informationsfreiheit hätten wir gerne reingeschrieben. Das ist sozusagen an bestimmten höheren Ebenen dann auch gescheitert. Open Data Gesetz haben wir reingekriegt und das ist ja eine Sache, an der gerade auch gearbeitet wird. Und wir achten schon darauf, dass in dieser Legislatur da auch was passiert. Muss man gucken. Also das sind Gespräche, die laufen. Das sind Verhandlungen, die laufen. Meine persönliche Vorstellung ist natürlich eine proaktive Veröffentlichung und zwar umfänglich. Aber da gucken wir, was wir da hinbekommen. Ich glaube sozusagen, dass wir uns wirklich auch immer wieder bewusst machen müssen, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir in dem Bereich nicht vorankommen. Also man sieht ja, das geht ja auch, also es geht um Information, es geht sozusagen um Transparenz und es geht um Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, aber es geht ja beim Thema Open Data auch um ökonomische Faktoren. Also wenn man sich anguckt, wie Obama, bei aller Kritik, die man an Obama haben kann, aber wie so ein Thema in den USA vorangetrieben wird, weil man auch erkennt, was da für Entwicklungsmöglichkeiten für Startups sind, in der digitalen Ökonomie und auch zur Verbesserung der Lebensqualität durch Open Data, was da auf einmal für Möglichkeiten sind. Bei uns tut man ja immer so, als ob das eine Debatte wäre, wo Leute irgendwie an Staatswissen ran wollen und der Staat Geheimnisse veröffentlichen soll. Aber es hat auch einfach einen sehr positiven Effekt für die Gesellschaft über sozusagen mehr Transparenz, die ich eh gut finde, hinaus. Und ich glaube, man muss die Debatte so auch nochmal stärker akzentuieren. Also meine Einschätzung ist, wir kriegen da in dieser Legislatur noch was hin. Wir haben jetzt sozusagen noch zwei Jahre, knapp zwei Jahre, bis zur nächsten Bundestagswahl. Und es wird an dem E-Government-Gesetz gearbeitet und Open Data wird drinstehen. Ich will da nochmal nachhaken. Da geht es ja letztlich um Anreizmechanismen, wenn man offene Daten zur Verfügung stellen will. Anreizmechanismen in zwei Richtungen. In die Verwaltung rein. Man muss ja letztlich die Verwaltungsmitarbeiter davon überzeugen, dass sie was davon haben. Und wir haben in der Vergangenheit eine Diskussion geführt, da standen Gebühren, aber eigentlich ging es um was anderes im Hintergrund. Also wie wollen sie die Anreize intern schaffen für die Verwaltung, dass man ihnen wirklich sagt, Leute, es bringt was. Und zweiter Teil der Frage, die Erfahrung mit den Bürgerhaushalten in einigen Kommunen, die sind auch jetzt schon so sechs, sieben Jahre sind die ersten gestartet. Das ist ja sehr zwiespältig. Es gab da nur eine kleine Zahl von Bürgern, die sich beteiligt haben, sodass dann manche Kommunen wieder gesagt haben, nee, das lohnt sich nicht. Also wie kann man da Anreize schaffen jetzt für den Bürger, dass man hier klarer macht, es lohnt sich. Also zweigeteilte Frage, Anreize für die Verwaltungsmitarbeiter, Anreize für die Bürger. Also ja, Anreize für Verwaltungsmitarbeiter, es muss von der Spitze kommen. Also es muss von der Spitze vorgegeben und vorgelebt werden, dass dieser transparente Staat der Daten rausgibt, was Kostbares ist, was Gutes ist. Wenn ich an der Spitze eines Hauses jemanden habe, der nicht so denkt und auch so nicht denken will, dann werden die Verwaltungsmitarbeiter das auch nicht wollen. Bin ich wieder beim Beispiel USA. Obama gibt das vor. Obama macht das zu seinem Thema und das würde ich mir in Deutschland auch wünschen, dass man von oben in die Verwaltung reingibt, wir wollen das jetzt so. Ich glaube, wir haben natürlich auch gute Leute in den Verwaltungen, die das Thema auch vorantreiben, aber es wird erst dann funktionieren, dieser Kulturwandel, wenn es von oben vorgegeben wird. Bei den Bürgerhaushalten und die Frage, was bringt das, halte ich für ein schwieriges Thema. Wir hatten vorhin so, wenn man dann sagt, wir schaffen jetzt Partizipation und dann stellt es sich nachher als Partizipationsillusion heraus. Also das hat man auch an vielen Stellen gehabt, dass man eben die Beteiligung irgendwie will und dann machen die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge und dann kriegt man nachher nicht mal ein Feedback, warum Sachen nicht aufgenommen wurden oder so. Insofern, glaube ich, läuft es da dann auch viel über die Spitze und die muss das sozusagen immer auch voranbringen. Also auch die Bürgermeister oder Landräte müssen das tun und dann braucht man positive Beispiele, über die berichtet wird. Also ich kenne ja auch Beispiele, wo ein Bürgerhaushalt konkret dazu geführt hat, dass eine Gemeinde Geld gespart hat oder dass Entwicklungen auf einmal da waren, die vorher in der Politik nicht gesehen wurden und solche Hinweise gegeben wurden. Und ich glaube, da muss man dann auch stärker drüber reden, wo positive Entwicklungen von Bürgerhaushalten sind. Ja, wir haben ja oft die Diskussion jetzt seit ein paar Jahren unter dem Schlagwort Neuland. Das war ja auch in den Moderationsleitfaden stand das drin. Dann kommt die Politik wirklich nicht mehr mit der Digitalisierung. Lies sich schwer, ne? Ja. Ja. Ich habe heute, heute Morgen hat mich ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass Axel Voss aus dem Europäischen Parlament von der EVP-Fraktion und Berichterstatter für die Datenschutz-Grundverordnung und er hat in der FAZ-Artikel geschrieben, die Politik ist im Datenschutz das größte Problem. Das knüpft so ein bisschen an an der Diskussion, die wir vorhin auch hatten. Letzte Frage, Big Data. Ich bin natürlich vom Wirtschaftsverband, von daher sind da jetzt einige vielleicht direkt alarmiert. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern meine Frage ist jetzt mehr oder weniger mal ein bisschen naiv. Deswegen frage ich jetzt mal den Wissenschaftler, kann man wirklich sagen, dass die Politik, die hinter der technischen Komplexität hinterherläuft? Ich glaube, die... Ich glaube, die... Das Podium läuft, hätte ich noch eine Komplexität auch hinterher. So geht... Sorry. Ich glaube, was die Diskussion noch sehr gut zeigt, ist, dass man oft glaubt, dass man die Strukturen so lassen kann, wie sie sind und man versucht, so ein bisschen nebenherum zu digitalisieren. Also Leute, die nicht gesprochen haben, können jetzt sprechen und man merkt dann, das passt aber irgendwie nicht so wirklich hinein. Und ich glaube, es ist ein Fehler zu glauben, dass wir in eine zivilisatorisch höher stehende Gesellschaftsform kommen könnten, wenn wir nicht auch die politischen Strukturen verändern würden. Und dazu gehören auch Parteien. Da gehört auch meinetwegen die Verfassung dazu und sonstige Regulatoren. Es hat ja, was ja eine gute Bemerkung des ehemaligen griechischen Finanzminister war, hat gemeint, es hat ja in der Geschichte eigentlich noch kein Beispiel dafür gegeben, dass wir wirklich eine Demokratie der vielen hatten, also wo jeder quasi partizipieren kann. Vielleicht das Beispiel Griechenland, wo eigentlich die, oder Athen, wo die gesamte Bevölkerung minus Frauen, minus Sklaven was machen konnten. Aber sonst haben wir eigentlich keine wirklichen Beispiele und die Politik war ja immer besorgt, war immer besorgt, dass zu viele Leute mitreden. Also war ja dieses Konzept der politischen, der Aparthie, war ja eigentlich ziemlich sinnvoll und wie gesagt, die Kybernetiker hatten ja sowieso immer Angst vor der Entropie. Also da musste man irgendwo ordnen. So und jetzt stehen wir vor der Situation, dass auf einmal viele reden können, viele reden Blödsinn, viele reden aber auch Gutes daher und das passt aber zu den bestehenden Strukturen nicht dazu. Und deshalb glaube ich, ist es mühsam, darüber zu diskutieren, ob man das Tool jetzt links oder rechts rum strickt, wenn die Strukturen dazu irgendwie nicht passen. Und ich glaube, in dieser Diskussion, da müssten wir jetzt langsam mal irgendwie hinkommen. Ich glaube, das Parteiengesetz passt vielleicht nicht immer für so etwas. Meine Vision, das abzuschließen, von der Wie kann Politik aussehen, ist, wir haben ein Projekt gemacht für eine große deutsche Gewerkschaft, die sich so Sorgen machte um die Ausbeutung der Crowdworker. Und dann haben die sich auch die Frage gestellt, na sollen wir nicht diese Crowdworker irgendwie auch organisieren? Und wie macht man das? Und wir sind dann draufgekommen, dass die schon alle irgendwo organisiert waren. Also die haben sich meistens entlang dieser Firmen, für die sie arbeiten, alle schon selber zusammen organisiert. Und wir haben dann gesagt, baut doch jetzt nicht noch eine Alternativkapazität auf, sondern versucht, auf diesen Selbstorganisationen aufzubauen und die zu verbinden. Weil das ist das, was die heute noch nicht können. Und vielleicht liegt die Zukunft der Politik und sie hatten das so mit Wertekanon, wobei ich bei diesem Wort immer ein bisschen Bauchkrämpfe kriege, gerade in jüngster Zeit, haben das umschrieben. Und vielleicht besteht die Kunst der politischen Parteien darin, diesen Selbstorganisationen eine Geschichte mitzugeben und einen Grund und eine Legitimation, weil die sind ja meistens nicht demokratisch, sondern sind aufgrund von Interessen und Motivationen gegründet. Vielleicht ist das die Kunst der Politik. Und bei der Gewerkschaft haben wir gesagt, baut keine eigene Plattform, sondern baut eher eine Plattform, die auf bestehende Plattformen verweisen und lernt, was die da reden und sucht euch für bestimmte Themen dann auch immer wieder Verbündete, mit denen ihr etwas tun könnt. Vielleicht ist das die Zukunft der Politik, aber die ist halt anders als die Art und Weise, wie wir das heute machen. Ja, gebt anderen Legitimationen. Das ist tatsächlich, also gebt anderen Strukturen, als ihr sie selbst kennt und erfahrt, Legitimationen. Also öffnet euch. Das ist vielleicht irgendwie der Aufruf an die Parteien vor allen Dingen, den man haben kann. Man muss nicht alles in der SPD machen, wenn man mehr digitale Beteiligung macht. Vielleicht gibt es schon Organisationen. Ich meine, die Gewerkschaften sind ein sehr gutes Beispiel. Das machen Parteien und Gewerkschaften ja schon länger. Was ja auffällt in letzter Zeit und ein Grund, warum es auch eine gewisse Politikmüdigkeit gibt, ist, weil alle Parteien in die Mitte gerutscht sind. Also einen wirklichen, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, ich bin ja kein Politiker, aber einen wirklichen Diskurs haben wir in dem Sinne ja gar nicht. Also was wollen Sie dann eigentlich von den Leuten verlangen, die sich dann mit Ihnen anstöpseln, außer um operative Problemchen zu tun? Aber vielleicht könnte das eine Rolle für Parteien sein, diesen Diskurs stärker zu suchen. Also wo ist das alternative Gesellschaftsmodell der Partei A versus der Partei B? Ich wüsste es nicht, wo es ist. Aber waren Piraten nicht was Neues? Ja, also wenn es so gekommen wäre, ich bin ja sowieso der Meinung, auch angesichts der aktuellen Diskussion, dass wir mehr Linkspopulismus wagen sollten, aber das wäre vielleicht dann mal die Alternative, auch wenn es sich nicht durchsetzt. Das ist ja dann auch, Populismus wollen wir ja nicht irgendwie in Regierungshandel haben, aber vielleicht würde das den Diskurs befeuern. Ich wollte noch was zu der Frage, dieser, Entschuldigung, unsäglichen Frage, ob die Politik, die Politik der Digitalisierung hinterherhängt, sagen. Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Netzbewegung. 2009 haben wir anlässlich der Debatten, die es da gab, um das Zensurgesetz und die Vorratsdatenspeicherung und so weiter und auch davor schon immer wieder von den Internetausdruckern geredet und immer wieder gesagt, die Politik hat ja keine Ahnung vom Internet, wie sollen die das regeln? Das war falsch. Das war politstrategisch falsch, das war arrogant, das war einfach von der Faktenlage falsch. Heute wissen wir, dass die Politik, insbesondere die politischen Behörden, Spitzenbehörden, die Überwachungsbehörden und die politischen Führungen sehr wohl wussten, wie sie digitale Technologien, die neuen Technologien nutzen und zwar in einem Maße, das uns alle vollständig schockiert hat, die wir uns damit beschäftigen und einer Konsequenz und seit Jahren, die fast beispiellos ist, also wenn die Agenda 2010 so konsequent durchgesetzt werden wurde, sehe es vielleicht auch anders aus. Also das ist nicht so, dass die Politik nicht in der Lage ist, die Digitalisierung und die Technologie, die neuen Technologien zu nutzen, es sind nur die vollkommen falschen Prioritäten, die gesetzt werden. Also meiner Meinung nach, meiner politischen Meinung nach. Und das, dafür möchte ich warnen, deswegen wird diese Frage auch nicht, das ist nicht so, wir müssen die Politik dazu bringen, die richtigen Prioritäten unserer Meinung nach zu setzen, zum Beispiel sich zu öffnen für andere Strukturen und die mit Legitimation auszustatten, damit eben sie wachsen können, sie gedeihen können, ein Diskurs stattfinden kann. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich würde da auch gerne nochmal ansetzen, weil ich finde diese Frage, ob Politik zu langsam ist, diese Frage finde ich langsam ermüdend. Politik ist nicht, ich habe es vorhin mal gesagt, wir brauchen noch Zeit, aber wenn, Stand hier drin, Entschuldigung, aber wenn jetzt im Deutschen Bundestag gegen meinen Willen wieder ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht wird, dann liegt das nicht daran, dass Politik zu langsam ist, sondern dass eine falsche Entscheidung getroffen wird aus meiner Sicht. und dann muss man sich ja fragen, wie komme ich zu anderen Mehrheiten? Und ich glaube, da muss eine Netzszene, ich hasse diesen Begriff, aber mir fällt immer kein besserer ein, da muss man lernen, dass man vielleicht nicht nur mit Netzpolitikern redet, sondern auch mit Innenpolitikern. Es gibt 631 Abgeordnete, die haben alle eine E-Mail, auf die kann man alle zugehen und da muss man sich ja fragen, hat man den Diskurs falsch geführt? Und dann muss man auch sagen, ich fand das mit den Internetausdruckern, ich kenne das ja auch und ich denke ja auch manchmal so, dass man echt verzweifelt an Leuten, aber es dauert halt auch, Sachen zu erklären und da muss man immer wieder in den Diskurs reingehen und muss auch mal den unbequemen Diskurs suchen. Manchmal, das beobachte ich ja auch, diskutiert man eher mit Leuten, die einem eh nahestehen, also auch zur Frage sozusagen, gesellschaftliche Diskurse, wie sind die Unterschiede und ich glaube, da mal auch hart zu diskutieren und mal wirklich die Konflikte auch zu suchen, aber dann auch die Debatte zu führen und nicht nur zu sagen, die andere Seite ist doof, weil die denken anders als ich, das muss man glaube ich auch lernen und da sind wir wieder bei der Frage, sagen, ist es eigentlich möglich, auch irgendwo den Konsens zu suchen oder gibt es nur Schwarz-Weiß und das sind so spannende Diskussionen, die ich ja auch bei Aktivisten in der Netzszene, bei denen merke, die damals gegen die Netzsperren unterwegs waren oder gegen die Vorratsdatenspeicherung, wir haben das in der Enquete gesehen, da sind ja ein paar auch wirklich reingeholt worden und die haben dann auf einmal gemerkt, wie das Parlament funktioniert und ich glaube, das ist ja bei den Piraten auch eine Erfahrung, wo man dann irgendwie vielleicht sehr idealistisch, wie ich vor sechs Jahren auch in den Bundestag kommt oder eben auch in die Länderparlamente und dann versucht man Sachen zu ändern und merkt aber, es gibt eine Systematik und das dauert sehr lange, da Sachen durchzubringen, aber die muss man akzeptieren, nicht ohne, sagen wir auch den Willen zu haben, sie zu verändern von der Systematik her, aber sich da erstmal darauf einzulassen und zu gucken, wie kann man hier Veränderungen durchbringen, das gehört glaube ich zum Lernprozess dazu. Ein kurzer Widerspruch, also mich hat das Parlament und den Eindruck, den ich in Berlin gewonnen habe, radikalisiert und zwar krass, weil es ist unterirdisch, was in diesem Parlament passiert. Vielleicht ist es im Bundestag besser, aber das gebe ich Ihnen mal mit, das wollen Sie nicht, das ist schlimm. Herr Reichert, dann brauchen wir mal andere Strukturen, dann kommen wir wieder zu Ihnen, oder? Dann kommen wir wieder zu Liquid Democracy, zu anderen Formen der Beteiligung. Ja, wir sind uns auch sicher, dass sie stattfinden, also auch was ja vorhin gefragt war, diese pessimistische Einschätzung, dass es vor fünf Jahren noch ein Hype war und heute totgesagt ist. Was wir beobachten, ist, dass eigentlich in allen großen Organisationsformen damals die Frage beantwortet wurde, selbstverständlich, Auseinandersetzung und Bestimmung wird künftig auch digital stattfinden und deswegen wird es überall in die Wege geleitet. Wir entwickeln hier gerade und konzeptionieren zusammen mit der Berliner Verwaltung für die zentrale Beteiligungspattform für Berlin und die Bezirke Berlins zum Beispiel. Das ist ein längeres Unterfangen, da ist eine Verwaltung mit 120.000 Mitarbeitern, mit 200 Behörden, da entwickelt man nicht innerhalb von ein, zwei Jahren eine Plattform, wo man verbindliche Verfahren überall reinbringt. Das Gleiche passiert gerade in Parteien, in nahezu allen Parteien, die ich kenne, die im Bundestag vertreten sind oder auch nicht. Also die Bewegung ist da relativ stark und ich glaube, die Debatte hat auch stark abgenommen, weil die Frage beantwortet wurde damals. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, weil mir das auch wichtig ist, auch mit, ich glaube, wo es wirklich gerade noch viel stärker hapert, ist eine gesellschaftliche Bereitschaft, wirkliche Diskurse zu führen und diese Tradition haben wir in Deutschland nicht. Wir haben die weder in den Parteien, weder in den Politikern, die die Debatte nach außen tragen. Wir haben eigentlich immer nur einen Wettkampf zwischen konkurrierenden Wahrheiten, aber wir haben eigentlich keine Kultur davon, dass wir sagen, wir haben gerade gesellschaftliche Herausforderungen und wir hören uns erst mal an, auf wen in der Gesellschaft wirken sich diese Herausforderungen eigentlich wie aus und warum gibt es hier Ängste, warum gibt es hier Wünsche, wo verhindern wir vielleicht Lebensziele von anderen Menschen, wenn wir zu vorschnell handeln, worauf können wir noch Rücksicht nehmen und wie können wir Konsense bilden. Und es ist egal, welche Debatte wir uns gerade anschauen, die öffentlich stattfindet, es ist ganz extrem zu sehen. Wir haben das mit Terrorismus gerade, wo ganz schnell gegengeschlagen wird und die ganz lange Debatte eigentlich zu Datenschutz und so weiter auf einen Schlag wieder weg ist und Überwachung eingeführt wird in einem Maß, wie man es sich nie hat vorstellen können und vielleicht als letzten Punkt noch in der Flüchtlingsdebatte sehen wir gerade genau das gleiche Phänomen und da sind es zwei Extreme, die sich gegenseitig immer stärker verstärken, weil sofort die, die Ängste haben vor der Flüchtlingsbewegung gerade oder vor den vielen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, werden sofort als Rechtsradikale dargestellt und andersrum. Dadurch kann eigentlich gar keine echte Auseinandersetzung mehr stattfinden und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft in den Parteien, in den Verwaltungen und in den parlamentarischen Gremien eingehen müssen, zu sagen, wir wissen nicht alles, die Themen sind unheimlich komplex geworden, niemand von uns kann sich dort hinstellen und die Wahrheit kennen, sondern wir müssen eine Lösung finden, mit der wir so gut wie möglich leben können. Ja, ich wollte aber da noch mal ein bisschen nachfragen, wir haben ja aktuell eigentlich, findet die Diskussion im Wesentlichen in den sozialen Medien statt, also wie kann man die denn dann rüberlenken in eine andere Plattform, die vielleicht auch, das wäre jetzt eine Frage oder eine Hoffnung, andere Mittel hat, um Volksverhetzung und anderen Risiken, die eben da bestehen, auch da was entgegenzusetzen. Also die Frage ist zweigeteilt, wie kriegen Sie Leute rüber von Facebook in eine andere Plattform und was kann die andere Plattform bieten, was Facebook zum Beispiel nicht bieten könnte? Da wurden ja auch schon einige Punkte angesprochen, zum Beispiel gerade dieses Riesenthema der Bubble of Interest, die haben wir natürlich immer, wenn wir Plattformen haben, die von kommerziell oder einseitig politisch motivierten Betreibern betrieben werden. Ich glaube, was wir brauchen und das aber auch nicht, vielleicht nicht zentral an einer Stelle, sondern eben in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, wir brauchen Diskursstrukturen und Plattformen, auf die wir uns gesellschaftlich einigen können und die wir gesellschaftlich weiterverfolgt werden können und dort müssen transparente Verfahren da sein, dass ich als Bürger eben auch weiß, wenn ich die Bundestagspolitik beeinflussen möchte, dann mache ich das hier und gehe nicht ab zu einer von zehn Petitionsplattformen, die vielleicht, wenn es gerade genehm ist, mal Einfluss haben oder eben auch nicht. Das Gleiche gilt für Parteien und so weiter und ich glaube, auch das ist eine große Herausforderung, die wir machen müssen. Wir reden gerade immer von dem einen gesellschaftlichen Diskurs und vergessen dabei immer, dass wir ein ziemlich kluges System haben, das ich auch als sehr erhaltenswert empfinde, nämlich die Gewaltenteilung und wir müssen uns sehr genau überlegen, in welchem politischen Struktur möchten wir eigentlich welche Debatte führen und da muss natürlich, wenn ein Kanzlerinnen-Dialog stattfindet oder eine Verwaltung im Dialog stattfindet, da geht es letztlich nicht mehr um die Frage, was wollen wir eigentlich, sondern das wurde in der Gewaltenteilung vorher entschieden. Die Frage, was wir wollen, dafür müssen die Parlamente und die Parteien zur Verfügung stehen als Diskursraum, die Verwaltung, die Exekutive kann später noch fragen und das ist gut, wenn sie das fragt, aber wir haben uns auf etwas geeinigt, wie können wir am besten dieses Ziel jetzt erreichen und ich glaube, das ist was, wo eine Strukturierung stattfinden muss und das kann nicht auf Facebook stattfinden und vielleicht auch da nochmal, es reden gerade ja auch so viele in der öffentlichen Debatte, dass eigentlich die Privacy-Bewegung gescheitert ist und dass man das alles hinter sich lassen sollte. Wir werden keine offenen Diskurse haben, wenn ich als Bürger immer befürchten muss, dass es hier einige globale Spieler gibt, die mein privates Profil mit meinem politischen Profil in Verbindung bringen und jeder Organisation, die bereit ist, da Geld für zu zahlen oder Gesetze zu schaffen, dass sie die Informationen kriegen können, auch erhält. Also auch das gehört zu so einer zentralen Plattform. Wir müssen Wege finden, wie wir auch dem Bürger so viel Schutz dort geben, dass er auch wirklich dort seine Meinung sagen kann, ohne befürchten zu müssen, sich in Gefahr zu bringen. Herr Dillis. Da ganz wichtiges Thema, das ist eine der entscheidenden gesellschaftlichen Fragen, die wir ausdiskutieren müssen. Wie öffentlich muss jeder, der sich verbindlich beteiligen kann, an irgendeinem Prozess sein? Wie sehr ist Politiker, wer sich verbindlich in Online-Plattformen beteiligt? Wir haben ganz schlechte Erfahrungen als deutsche Gesellschaft mit der Veröffentlichung von politischen Meinungen, der Verfolgung von politischen Meinungen gemacht. Das ist zu Recht ein hohes Schutzgut. Aber wir müssen diese Debatte führen, wenn wir diese im Internet führen, denn wir wollen keine Wahlcomputer bauen. Das Problem, und wir können und dürfen sie auch nicht bauen, wenn wir das Grundgesetz nicht ändern. Und das wollen wir nicht. Deswegen, das ist eine große Streitfrage, die überhaupt noch nicht geklärt ist, die wirklich auch ausdiskutiert werden muss, daran ist am Ende, da musste die Partei, die Piratenpartei auch aufhören, weil das kann man auch als Partei nicht klären. Man kann keine geschlossenen Systeme, Anonymisierung funktioniert nicht, Pseudonymisierung, Pseudonymysen aufzulösen, wie geht man damit um? Und um noch einen Kontrapunkt zu setzen, weil ich gehöre, ich oute mich jetzt eher zu den Spacken, also schlimmes Wort, ich weiß, aber das ist ja geprägt worden von Konstanze Kurz, der datenschutzkritischen Spackerier, ich finde das Datenschutzgesetz und unser Datenschutzbegriff passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit und zu behaupten, wie ein grüner Europaparlamentsabgeordneter, das neuerdings öffentlichkeitswirksam tut, meine Daten gehören mir, wenn ich sie auf Facebook stelle, ist einfach falsch und es führt den Diskurs auch nicht weiter. Und also da müssen wir ganz viel noch neu denken, auch was ist Privatsphäre, gibt es nur eine Privatsphäre, gibt es fünf Privatsphären, wie lösen wir die auf, wie gehen wir mit Sauf-Fotos auf Facebook um, wenn es ein Bewerbungsverfahren geht. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, wo alle gefragt sind, den wir auch erst mal anfangen müssen, der ist überhaupt nicht passiert. Ich glaube, wir konnten den Diskurs hier nur wenig befeuern und anstupsen. Meine Zeit ist, glaube ich, unsere Zeit ist schon abgelaufen, sogar ein paar Minuten schon. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier so lange mit uns ausgehalten haben und uns zugehört haben und einen ganz herzlichen Dank an das Podium für die sehr gute Diskussion. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.